Ja, zur Kinderbeteiligung der Stadt Nürnberg darf ich einige Worte sagen. Das war sehr überraschend. Mir war das Projekt vor dieser Anfrage eigentlich gar nicht so bekannt. Aber ich habe das von Anfang an als sehr gute Idee empfunden und habe das unterstützt und war überrascht über die Dynamik dieses Projektes, obwohl ja Corona die Möglichkeiten der Kooperation mit den Kindern doch deutlich reduziert hat, kam eine extrem hohe Rückmeldungsquote mit sehr, sehr interessanten Vorschlägen und Inhalten. Und ich finde es besonders wichtig, weil wir eine Klinik für Kinder bauen und nicht für Erwachsene. Und das Impact der Kinder wird wahrscheinlich unterschätzt. Also man ist ja überrascht mit was für differenzierten und interessanten Vorschlägen die Kinder kommen, weil die kindliche Wahrnehmung einfach eine andere ist wie unsere. Und ich denke auch viele Projekte scheitern an einer fehlenden Beteiligung von Kindern, weil sie Erwachsene denken, sie wissen, was Kinder wollen, aber das eigentlich ganz falsch auslegen, weil die kindliche Wahrnehmung eine andere ist. Und das können uns eigentlich nur die Kinder sagen, was sie für Bedürfnisse haben. Und das war in diesem Projekt sehr geglückt, finde ich. Die Vorschläge waren toll, sind auch aufgenommen worden, soweit es möglich ist, hoffe ich. Und ich habe das Projekt als sehr erfolgreich bisher empfunden und habe das sehr begrüßt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020